Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 1954 Alcatraz. Ja, wir sind immer noch hier in Christins Apartment. Wir haben eine Druckplatte gefunden und ein Lucky Lager. Joe hat Geld gefälscht, aber warum muss er dann unbedingt einen Geldtransporter überfallen? Ja, das wissen wir schon, weil das Geld, das gefälschte Geld im Transporter, das hat er selbst hergestellt. Gehen wir mal aufs Dach. Oh. Wackelige Konstruktion. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier am Dach, ob das so eine gute Idee ist, hier rumzustrawanzen. Es ist bestimmt ein tragendes Element. Das sieht nicht besonders stabil aus. Ich will nicht, dass es einkracht. Ja, sehe ich auch so Stück vom Dach. Dieses Dach macht es nicht mehr lange. Ich könnte meine Vermieterin darauf ansprechen. Aber eigentlich dürfte ich gar nicht hier oben sein. Ja, schwierig, ne? Es würde wahrscheinlich einstürzen und irgendeinen armen Penner platt machen. Ja, der arme Penner. Dach des Nachbaus. Habe ich hier sonst noch was gefunden? Ach, da hinten. Oh, guck mal, Telefonmast. Da könnte ich anzapfen, oder? Telefonleitungen. Beim nächsten Erdbeben werden sie die ganze Stadt in Brand setzen. Hm. Ich könnte auf den Mast klettern. Aber Detective Grassi würde mich sehen. Dachte... Ach, da ist auch... Ah, da ist auch ein Nachbardach. Bring? Nee, da bringe ich mich nur bei um. Ich bin doch nicht mein Kater. Ich habe auch noch niemanden, der dann auf ihn aufpassen würde. Oh. Spring? Nee. Ja, okay. Okay, sie ist also... Boah, sie sorgt sich um ihren Kater. Das ist ja schön. Ich bräuchte schon einen echt guten Grund, um über die Planke dazugehen. Ja, hast du keinen, oder was? Gut, offensichtlich nicht. Na gut, dann... Ähm, ja. Geh mal wieder runter. Der tippt da immer noch... Ich mein, ist das kein Grund, dass der so laut hier tippt? Kann ich das auf ihn vielleicht werfen? Alkohol ist keine Lösung. Naja, oft ist es besser als nichts. Genau, sag ich auch immer. So. Gut, jetzt ist nur die Frage. Sollten wir nochmal jetzt auf Joe umschalten? Ich glaube, wir werden jetzt Joe nochmal besuchen. Im Gefängnis. Und wir wollen mal schauen, wie es ihm jetzt geht. Wer ist jetzt in der Einzelzelle? Ja, weil wir wurden ja zusammengeschlagen. Ein Lüftungsschacht. Hey, ist da jemand? Wer ist da? Ich bin's, Joe. Hier spricht der Lizard. Wer ist denn der Lizard? Hältst du durch? In meinem Kopf gehe ich diese Insel Schritt für Schritt ab. Ich finde einen Weg. Okay. Wie oft überprüfen Sie die Isolationszellen? Alle zwei bis drei Stunden. Genau wie überall sonst. Ah, du willst hier weg? Vielleicht. Wirf deinen persönlichen Kram ins Wasser und warte, bis er irgendwo angespült wird. Fotos und so. Sie werden denken, du bist ertrunken. Ah, okay. Was machst du, wenn sie Kopf für Kopf durchzählen? Ich schneide meinen ab und lege ihn aufs Kissen. Okay. Ich glaube, das ist nicht so zielführend, oder? Wie komme ich an den Wachtürmen vorbei? Finde heraus, wer Schicht hat und ob er Familie auf der Insel hat. Dann nimm seine Frau als Geisel. Keine Partner. Ich zieh das allein durch. Ist das Schwimmen gefährlich? Nimm dich vor dem Geist von Alcatraz in Achtung. Oh nein. Du glaubst an Geister? Ich habe ihn selbst gesehen. Einen Soldaten mit Knaststreifen. Er wird versuchen, dich zu erwirken. Bestimmt. Lass dich nicht kleinkriegen. Was haben wir da jetzt bekommen? Fluchplan des Lizards eier. Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Keine schlechte Idee. Aber ich behalte meinen Kopf lieber. Ja. Komm, zerschneiden wir. Das wird nichts. Ah, das wird nichts. Okay. Getarnte Kohle, Schmerztabletten. Ja, okay. Metallplatte. Bei Reparaturen letztes Jahr habe ich das Waschbecken und die Toilette ausgebaut. Mal sehen. Ach, das war mal ein Waschbecken, oder was? Fest verbaut. Oje. Ach, das war ein Waschbecken und Toilette. Okay. Es ist mit der Zelle unter mir verbunden. Hallo. Ist jemand da unten? Scheint gerade niemand da zu sein. Okay. Zu eng, um rauszuklettern. Ja, für dich sowieso. Ich möchte sie nicht kaputt machen. Sie zieht die schlechte Luft raus. Der ganze Raum stinkt nach Schweiß und Urin. Ach, ich kann mich auch umdrehen, okay. Hey, Mr. Mason. Ja. Wie lange sitze ich hier fest? Ich weiß nicht, Joe. Vielleicht kommst du auch nie wieder raus. Ach, du bist so ein freundlicher Typ. Wissen Sie schon was von dem Streik? Welcher Streik? Lassen Sie mich raus und ich erzähle Ihnen alles. Du lügst doch. Guter, guter Plan. Joe sitzt in Einzelhaft. Vielleicht kann Christine helfen, um den Charakter zu wechseln. Dann klicke ich einfach auf das Bild von Christine im Inventar. Ah, okay. Gut. Dann haben wir jetzt Joe fertig gemacht. Die Joe-Quest, ja. Gehen wir jetzt zu Christine. Ja, gut. Dann werden wir mit Christine jetzt doch mal kurz gucken, ob wir nicht irgendwas finden in der Stadt. So. Ah, jetzt sitzt die Katze da oben. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ach, die ist so süß. Ein weiterer Ausreißer. Ich weiß nie, wo er sich rumtreibt. Alles gut. So. Gut, dann gehen wir mal raus. So, dann schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Wir könnten natürlich jetzt gleich WIS aparten, weil WIV, also WIVs, ähm, weil der war doch... Ich weiß jetzt gar nicht, ist Alcatraz in San Francisco oder in New York. Ach, du Schande. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher. Ich glaube, ich glaube in New York. Aber da ist ja die San Francisco Brücke, oder? Ach, du Schande. Ja, ja, Geografie und so, weil San Francisco ist natürlich ganz, äh, auf der anderen Seite von Amerika. Ja, egal. Komm. Ja. Soll jetzt keine Geografiestumme sein. So. WIVs Apartment. Ich glaube, es ist in San Francisco. Jo, vielleicht weiß sie etwas über die Beute. Peinlich, peinlich eigentlich, ne? WIV? Ich hoffe, sie ist nicht tot. Sie wohnt da oben ganz allein. Was ist denn das eigentlich? Ein Restaurant-Speiseplan. Ich liebe das Essen hier. Wie gut muss es erst in China schmecken? Was sieht denn heute Abend besonders gut aus? Was sieht denn heute Abend besonders gut aus? Ich würde es gerne sehen. Ne, haben wir auch nicht mitgenommen. Okay. Die Küche. Was haben wir da sonst noch so? Lampenschirm. Komm, den nehmen wir mit. Sie hat schon ein Händchen für Deko. Ich will den mitnehmen. Der würde gar nicht in mein Apartment passen. Ach, komm, sicher. Tisch. Was steht auf der Tageskarte? Mh, ne neue Suppe. Lecker. Oh, voll lecker. Hier ist alles schon geputzt für morgen. Ja, dann gucken wir mal in die Küche. Ich weiß, ich soll nach oben, aber ich gehe zuerst in die Küche. Mal schauen, ob da noch wildes Treiben ist. Schade. Sie sind schon weg. Die Köche hier sind der Hammer. Die verscheißern mich immer, wenn ich eine Bestellung durcheinander bringe. Ah, ja. Wox auf dem Herd. Ja, guck mal, da ist aber schon... Da brät noch was. Ein paar gusseiserne Wox und Töpfe. Hm. Ehrlich gesagt hätte ich gedacht, hier gibt es mehr Wox. Immer diese Vorurteile. Ich könnte wirklich etwas super gebrauchen. Fehlt eigentlich nur noch eine Kelle. Ja, die war ja drüber irgendwo, ne? Da. Ist noch ganz sauber. Ja, dann nehmen wir die doch. Das sollte noch nützlich werden. Komm, wir klauen einfach die Kelle. So, jetzt aber. Fehlt eigentlich nur noch eine Kelle. Ist okay. Mit der Kelle nehmen wir ein bisschen Suppe. Jetzt ist der Topf leer. Und ich habe die Suppe in meiner Handtasche. Ähm. Hühnerbrühe. Ich habe keine Ahnung, wie ich die in meiner Handtasche halten kann, aber gut. Schublade für Kräuter und Gewürze. Ach du Scheiße, das ist ja richtig viel Zeug. Da. Guck mal. Gewürze und Kräuter. Der Koch allein weiß, was das alles ist. Ich kann kein Chinesisch lesen. Ja, nehmen wir einfach alles mit. Stäbchen. Sojasauce. Soße. Ja, komm. Nehmen wir mal die Soße. Sojasauce. Haus gemacht. Das heißt Soße. Soße. Auf Ex? Nein, danke. Ja komm, dann mischen wir es mit Bier, oder? Hier. Alkohol ist keine Lösung. Ja, gut. Das hatten wir schon. Naja, oft ist es besser als nichts. So. Stäbchen. Essstäbchen. Für Leute, die mehr Übung haben als ich. Aber können wir sicher mitnehmen. Ach, Gabeln sind mir lieber. Warum nehmen wir die nicht mit? Stäbchen kann man doch immer brauchen. Runde Boxen. Ich glaube, darin wird das Essen geliefert. Ja. Das ist Aufgabe des Lieferservice. Oh. Wusste ich nicht. Ich dachte, das muss ich machen. Ein Dampfkocher. Ach, da gehen wir jetzt die ganze... Essensbehälter. Okay. Sie sind bereits leer. Kann ich denn nur noch ans Essen denken? Ja, wenn hier Hühnchen hängen. Ich bin nicht schwanger. Oh. Nur hungrig. Ja. Enten. Achso, Enten. Die müssen noch hängen. Finger weg von den Enten. Okay. Überhitzte Töpfe. Kochtöpfe mit Erfahrung. Ja, wow. So viele Erfahrungen. Ich kann nicht wirklich kochen. Ach. Vielleicht kann ich das auf unserer Flucht nachholen. So, haben wir was vergessen? Ach, da... Ach, immer... Ich vergesse immer die wichtigen Sachen. Die Schubladen, ne? Herdknöpfe. Ja, komm. Vielleicht können wir den Herd zum Explodieren bringen. Welcher Gasherd. Jep. Alles ordnungsgemäß abgeschaltet. Wieso köchelt das dann noch? Eine Schublade. Spannend, spannend. Ja, finde ich schon. Mach sie auf. Kleine Küchengeräte. Okay. Die mittlere Schublade. Von allen missachtet. Gerne über sie. Jep. Darum machen wir sie jetzt auf. Handtücher und so ein Kram. Oh, wow. So cool, wie eine abgenutzte Schublade halt sein kann. Mach sie ja auf. Nur Geschirr. Oh. Gut, jetzt haben wir aber alles hier gefunden, ne? Gut, okay. So. Ja, dann gehen wir wohl doch nach oben. Kann ich jetzt die Suppe nicht irgendwie nehmen? Also selbst nehmen? Nee. Hühnerbrühe. Hühnerbrühe. Vielleicht mit Bier mischen? Das will einfach nicht funktionieren. Oh, schade. Vielleicht mit dem Valo-Stick mischen? Ach, kommt schon, Jungs. Ach. Nein. Ist das vielleicht irgendein Drogen-Ding, das Valo? Oder ist das ein Inhalator? Ich dachte, das ist ein Inhalator für Asthma. Offensichtlich doch nicht. So, hier haben wir alles mitgenommen. So, dann gehen wir mal nach oben. Oh. Oh. Ui. Mitgenommenes Radio. Gummihandschuhe. Leerer Topf. Sieht irgendwie ein bisschen unendlich aus hier. Handschuhe voll mit Tinte. Ach, sie liegt sogar da. Wer hat sie ihre Wäsche? Sie liegt sogar da, aber ich werde zuerst alles klauen, was ich klauen kann. Sie sind voll mit Tinte. Oder sprechen wir vorher mit ihr? Ach, komm, sprechen wir vorher mit ihr. Ich werde nicht viel aus ihr rausbekommen in diesem Zustand. Wieso ist sie... Wiff, alles in Ordnung. Meine Stimme. Halsschmerzen. Oh je. Kannst du mir etwas Suppe geben? Oh. Äh, ja, natürlich. Ach, jetzt weiß ich, warum wir die Suppe mitgenommen haben. Guck mal, hier. Natürlich, danke. Ich fühle mich zu schwach auf den Beinen. Hab die Nacht durchgetanzt. Was für eine Suppe möchtest du? Ah, heiße Suppe mit Wintermelone. Was heiße Suppe mit Wintermelone? Hier, guck mal, leckere Suppe. Nimm die. Hier, für dich. Heiße Suppe. Da fehlt noch Wintermelone. Was ist mit der Wintermelone? Wiff, meine Stimme. Okay. Halsschmerzen. Kann... Was ist eine Wintermelone? Leer. Hm, riecht gut. Was auch immer das mal war. Zu schwer zum herumschleppen. Oh, schade. Ein uraltes Gerät. Sogar die Programme darauf scheinen alt zu sein. Ja klar, auf dem alten Radio kommt nur altes Zeug raus. Ist klar, ne? Nicht den Regler berühren. Wiff darf auf keinen Fall ihre Krimis verpassen. Okay. Kalender. Regal voll Zeug. Papierhandtücher. Kisten mit Schrott. Sie ist so sammelwütig wie ich. Ich hab nicht die Zeit, fremde Wohnungen zu putzen. Warum nicht? Komm, wir wollen doch den Leuten was Gutes tun. Eine Lampe. Bis vor kurzem hing hier noch Wiffs alte chinesische Lampe. Inzwischen ist sie bei mir in der Wohnung. Ah, da kommt die also her. Kein Platz, um da etwas zu verstecken. So, ihr Kleid. Was haben wir da? Obere Schublade. Interessant. Komm, wir klauen doch alles. Oh. Haben wir da jetzt eine weitere Druckplatte gefunden? Die Rückseite einer 20-Dollar-Blüte. Kann ich die kombinieren? Ich glaub's nicht. Scheint, dass Joe und Vivian zusammen Geld gedruckt haben. Ja, und jetzt, komm, jetzt verbinden wir die noch mit den Nadeln, oder? Schade. Ich dachte auch, dass das funktioniert. Ja, find ich schon schade. Die Platten gehören zusammen. Scheint, als hätten Joe und Viv sich ein kleines Zubrot gedruckt. Zeit, die gute Viv zur Rede zu stellen. Ja, machen wir gleich mal. Viv, was ist da los? Vielleicht. Aber ich warte lieber nochmal damit. Okay. Gut, was haben wir da? Ach, untere Schublade gibt's auch. Abgeschlossen. Nicht anfassen. Ach so. Alles klar. Du hier machst den besten Eindruck. Nicht anfassen. Ach so. Alles klar. Also nicht anfassen mach ich ganz gerne. Hier. Die Klammer lässt sich bestimmt woanders besser benutzen. Schade. Moment, muss ich da jetzt? Das klappt nicht. Ich wusste nicht, wie das zusammengehen soll. Ja, das würde schon gehen. Komm, Vivian. Das braucht keinen extra Kick. Okay. Nehme ich das. So, Hammer. Altes Foto. Sieht aus wie alte Familienbilder. Vielleicht Verwandte, die sie zurücklassen musste. Außer Viv könnte niemand etwas damit anfangen. Das war sie. Vor langer, langer Zeit. Das ist nämlich heiße Werbung, Leute. Heiße Werbung. Die hängt da ganz gut. Ja. Haben wir was vergessen? Ach, die chinesischen Zeitungen natürlich. Ja. Und unteres Bett. Oh, eine weitere H-Klammer. Ah, sehr schön. Ich bekomme doch nicht mal mein eigenes Bett gemacht. Jetzt haben wir schon drei H-Klammern. Wie fließt zwei bis drei chinesische Zeitungen am Tag? Ich würde kein Wort verstehen. Willst du Chinesisch lernen? Du hättest Joe welche schicken sollen. Er hat alle Zeit der Welt. Ja, definitiv. Okay, gut. Wir haben alles gesehen. Aber Wintermelone haben wir noch keine. Gut, da müssen wir jetzt extra in die Stadt fahren. Immer noch, wohlgemerkt, immer noch mit dem heißen... Mit der heißen Suppe im Gepäck. Ja. Ähm. Um eine Wintermelone zu finden. Was das auch immer ist. Ich kenne den Begriff ehrlich gesagt nicht. Michi's, St. Peter's and Paul Kirche, Café Napoli. Ich glaube am ehesten im Café, oder? Geschlossen. War ja klar. Na toll. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Koffein gebrauchen. Auf behördliche Anordnung ist diese Einrichtung bis auf weiteres geschlossen. Detective Grassi hat ein Schloss an die Tür gemacht. Okay. Auf behördliche Anordnung ist diese Einrichtung bis auf weiteres geschlossen. Ort freigeschaltet Polizeipräsidium. Wenn ich das Schild runterreiße, wird das Café auch nicht wieder öffnen. Schade. Aber es wäre ein Anfang. Ja. Wow. Das ist Werbung. Für mein Lyrik-Magazin, das Ende des Monats rauskommt. Den habe ich aufgehängt. Der bleibt auch hängen. Okay. Bild eines Bootes. Ein Fischerboot. Davon gab es früher in North Beach eine ganze Menge. Ein echtes wäre mir lieber. Ich bin eine recht gute Seglerin. Die übliche Propaganda. Hm. Die Straße runter hat eine neue Galerie eröffnet. Ah, okay. Ich lasse sie lieber hängen. Okay. So. Ein echtes wäre mir lieber. Hatten wir schon. Ich bin eine... Ja, ja, ja. So. Kette und vorhin geschlossen können wir wahrscheinlich aufknacken. Detective Grassi hat ein Schloss an die Tür gemacht. Warum haben Faschisten nur immer so große Angst vor Dichtern? Es ist abgeschlossen. Aber ich denke, ich kann das Schloss knacken. Ja, machen wir dann später mit einer Haarnadel. Aber da ist es noch sattler. Aber bevor wir mit denen reden, werden wir die Aufnahme für heute beenden. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss Leute. Danke fürs Zusehen.